Das Schöne an der aktuellen Zeit ist, dass man sich ja auch mal Zeit nehmen kann, um die Ziele abzuhacken, die man sonst eben nicht machen kann, weil sie vielleicht nicht in die Saisonplanung reinpassen oder man einfach wieder zu busy ist, wie wir so oft sagen. Es ist doch ganz schön, einfach mal ein Abenteuer zu wagen. So wie hier heute sind wir mal auf 2000 Meter hochgefahren und haben uns eine One-Way-Tour gegönnt und werden jetzt gleich noch einen Kaffee schlürfen, um das Abenteuer abzurunden. Und so kann ich es euch auch empfehlen, dass ihr vielleicht einfach mal schaut, was sonst noch so neben dem Tellerrand passiert, um vielleicht das Leben einfach auch mal ein bisschen zu genießen und das Abenteuer rauskommen zu lassen und ein bisschen aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und so kann ich es euch auch empfehlen.